Anna Jansson, Mädchenfeuer, ein Kommissar-Bark-Krimi, aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann. Gelesen von Achim Buch, Chantal Busse, Julian Greis und Verena Wolfin. Produktion der Audio Verlag. Prolog Sommer 1970 Es ist Sommer, aber ich friere. Ich halte meine Schwester fest an der Hand, als wir zu dem fremden Haus im Wald kommen, wo die Schatten dicht sind und die Bäume bis zum Himmel hinaufreichen. Der Tannenwald verschlingt das Haus mit seinem finsteren Rachen. Das Sonnenlicht reicht nicht bis hierher. Ich will hier nicht sein. Ich will nach Hause. Tante Elvira sagt, dass das nicht geht. Sie hat kleine Schweißtropfen auf der Oberlippe und alte Schweißringe unter den Achseln auf ihrem Kleid, die aussehen wie die Jahresringe der Bäume. Sie schaut uns mit traurigen Augen an und sagt, dass Mama und Papa tot sind. Tot bedeutet, dass das Blut nicht mehr fließt und das Gehirn nicht mehr denkt. Für einen toten Menschen bleibt die Zeit stehen, wie ein Zug an einem Bahnsteig, an dem die Toten aussteigen. Gott drückt auf den Halteknopf, wenn man stirbt. Wenn es Zeit ist, wiedergeboren zu werden, dann drückt er auf Start. Im Frühjahr sind massenhaft Vögel gestorben, weil sie vor Öland im Öl festgeklebt sind. 2000 Tonnen Vögel stand in der Zeitung. Vielleicht weiß aber auch niemand, wie viele es wirklich waren. Niemand hatte Lust, jeden kleinen Vogel zu betrauern. Einmal ist unsere Katze Missan mit einer Meise zwischen ihren spitzen Zähnen ins Haus gekommen. Die Katze hatte die Krallen ausgefahren und hat dem Vogel geholfen, durchs Zimmer zu fliegen, wie ein Papierflugzeug, direkt ins Bücherregal. Mama hat gesagt, die Meise wäre tot, und dann hat die Katze sie aufgefressen und Federn und kaputtgenagte Knochen ausgewirkt. Wir haben das, was vom Vogel übrig war, in einen Pappkarton gelegt und haben ihn begraben und ein Weilchen geweint. Aber es war ein gutes Weinen. Nicht so wie das Ängstliche und Wütende, das wir jetzt weinen, meine Schwester und ich. Im Haus riecht es widerlich nach gekochtem Blumenkohl. Wir setzen uns mit Konrad und Elvira an den Tisch. Sie sind unsere Pflegeeltern, und das bedeutet, dass sie sich jetzt um uns kümmern werden, weil Mama und Papa es nicht mehr können. Konrads Augen hinter der Brille sehen aus wie tote Fliegen. Tote, grünlich schimmernde Schmeißfliegen ohne Flügel. Und sein Mund ist ein schwarzes Loch, aus dem redet und redet und redet er mit seiner knarzenden Stimme. Wir bekommen Orangensaft und Zimtschnecken. Der Saft ist zu sauer. Ich kann ihn nicht schlucken, denn das brennt im Hals, und ich muss weinen, obwohl ich nicht will. Elvira sieht mich an und lächelt, obwohl sie böse ist. Innendrin ist sie böse, denn sie will uns nicht hier haben. Keine von uns. Konrad ist der von den beiden, der entschieden hat, dass wir Pflegekinder bei ihnen sein werden. Ich weiß es einfach. Jetzt trink mal aus, mein Liebes, befiehlt sie und kommt mir so nahe, dass ihr Geruch mir in der Nase beißt. Ich zwinge den Saft hinunter, ohne die Hand meiner Schwester loszulassen. Ich weine, und der Rotz vermischt sich mit dem Saft, den ich austrinken muss, denn sie schauen mich die ganze Zeit an. Ich wische mir unter der Nase durch, um den Rotz wegzukriegen. Da packt Elvira meinen Arm mit ihren Klauen, und ich denke, wird sie mit mir spielen, so wie Missan mit dem Vogel? Denn vielleicht bin ich tot. In mir habe ich das Gefühl, dass ich zusammen mit Mama und Papa tot sein will. Da sagt Konrad, dass es den Tod nicht gibt. Die Toten leben, obwohl wir sie nicht sehen können. Ihre Geister sind hier unter uns, sagt er. Sie sehen und hören alles. Also ist es am besten, wenn wir uns gut benehmen, denn sonst werden sie petzen. Danach gehen wir die knarrende Treppe zum Dachboden hinauf, um seine Großmutter zu begrüßen. Konrad geht vorneweg mit einer Kerze in der Hand. Er ist groß wie ein Riese, und die Haare sind mit dem Bart zusammengewachsen, aber mitten auf dem Kopf hat er eine Glatze. Meine Großmutter verträgt keine Elektrizität. Das Licht ist zu scharf für ihre empfindlichen Augen, erklärt er, und öffnet die Tür, die kreischt und quietscht, als wenn die Dunkelheit treten. Dort, in einem Bett, um das dünne, schwarze Gardinenhängen, sitzt eine sehr alte Frau in einem weißen Nachthemd. Ihre Haare sind weiß wie Mehl, und das Gesicht hat dieselbe gelblich-weiße Farbe wie Eierschalen. Meine Schwester und ich legen die Arme umeinander. Die Alte sitzt mit geschlossenen Augen vollkommen still da. Ihre Füße, die unter der Decke herausschauen, sind nackt und die Zehennägel lang und gebogen. Sie bewegt sich nicht und sagt nichts, als Konrad erzählt, dass wir jetzt da sind, dass die neuen Kinder gekommen sind. Und als ich gerade den Gedanken gedacht habe, dass die Alte tot ist, schlägt sie die Augen auf und schaut direkt durch mich hindurch, so als würde es mich nicht geben, so als wären wir tot und völlig durchsichtig, meine Schwester und ich. Kommt, Kinder, lasst euch berühren. Ich kann euch mit meinen Augen nicht sehen, nur mit meinen Händen. Die Gesichtslosen stiegen am Schloss aus dem Bus. Daniel kniff kurzsichtig die Augen zusammen und versuchte, die Gefahr einzuschätzen. Seine Brille war kaputt gegangen, als sie ihn das letzte Mal verprügelt hatten. Obwohl die Sommernacht warm war, spürte er die Furcht wie einen eiskalten Atemzug im Nacken. Jederzeit konnte die Polizei auftauchen. Oder die anderen, die hinter ihm her waren. Einer jungen Frau mit Kinderwagen und einer älteren Dame mit Rollator schenkte er keine größere Aufmerksamkeit, als er aus dem Bus stieg. Doch dann kam ein Typ in seinem Alter. In schwarzem T-Shirt, schwarzen Jeans und sich darunter deutlich abzeichnenden Muskeln. Er trug eine dunkle Sonnenbrille und hatte spitze Zähne, die man sah, als er seinen Mund beim Gähnen weit aufriss. Sofort erkannte Daniel das fuchsartige Aussehen und plötzlich fiel ihm das Atmen schwer. Die Beine trugen ihn kaum. Er zog die große Tasche auf Rollen näher zu sich, suchte Halt an der Wand der Bushaltestelle. Der Typ kam direkt auf ihn zu. Er hatte ein Messer in der Hand. Es sah aus wie ein Vorlegemesser, als es im Licht der Busscheinwerfer aufblitzte. Daniel würde es nie schaffen, dem schwarz gekleideten Mann davonzulaufen. Keine Chance. Deshalb kroch er tiefer in das Haltestellenhäuschen hinein, schloss die Augen und wartete auf den Todesstoß. Er war gerade 24 Jahre alt geworden und morgen würde sein Tod die wichtigste Schlagzeile in der Zeitung sein. Da würde von dem 24-Jährigen geschrieben werden, der das neueste Opfer der Gangkriminalität geworden war. Im besten Fall würden sie es unterlassen, seinen Vater zu interviewen. Wenn der Alte gut drauf war, dann erinnerte er sich vielleicht nicht einmal daran, dass er einen Sohn hatte. Daniel wartete. Doch nichts geschah. Vorsichtig öffnete er die Augen und sah den Rücken des schwarz gekleideten. Der hielt kein Messer in der Hand, sondern ein silberfarbenes Handy. Das konnte Daniel jetzt sehen, als der Mann es ans Ohr hielt. Erleichtert sank er in sich zusammen, blieb mit dem Kopf zwischen den Knien hocken, während ihm das Blut in den Ohren rauschte. Der Schwindel in Wellen kam und ging. Als er sich wieder erhob, war der Mann verschwunden. Hatte er überhaupt existiert? Es kam nur allzu oft vor, dass Leute durch sein Bewusstsein wanderten, die in Wirklichkeit gar nicht da waren. Er hatte ein paar Gedichte darüber auf Papierzettel geschrieben, die er ganz zuunterst in die Schublade gelegt hatte, in der er Socken, Unterhosen und seinen Snus-Tabak aufbewahrte. Sein Schwedisch- und Geschichtslehrer hatte einmal gesagt, in ihm würde ein Dichter wohnen. Das war ein Augenblick, an den er sich oft erinnerte. Du kannst dich wirklich ausdrücken, Dorniel, und du bist schlau. Kümmere dich um diese Fähigkeiten. Dorniel begann Richtung Järntorje zu gehen. Er musste pinkeln und ging zügig in Richtung des bunten Pissoirs auf dem Platz genau gegenüber. Hier versammelten sich alle knallbunten Farben in einer Kaskade. Es war ein visuelles Chaos, wie der übelste Trip. Es sah aus, als wäre dem Eismännchen übel geworden, als hätte es auf die Fassade gekotzt. Weiter hinten beim Springbrunnen thronte eine gigantische Gummiente aus Autoreifen. Rubber Duck hatte während der Kunstausstellung Open Art auf dem Schild gestanden. Wie zum Teufel sollte man denn noch wissen, was real war und was nicht, wenn die Realität von Eismännchen, Gummienten und dem mit Taubenkacke verzierten Jean-Baptiste Bernadotte auf einem Pfeiler hoch über der Menschheit bevölkert wurde. Vor dem Pissoir zögerte Dorniel. Er erinnerte sich an ein übles Ereignis, über das viel geredet wurde. Da drinnen war ein Typ erstochen worden, und der Mörder hatte mit Blut Filmzitate an den Spiegel geschrieben. Er saß nun im Gefängnis, aber es gab noch andere drogenabhängige Verrückte, die frei herumliefen. Das Pissoir war kein angenehmer Ort, an dem er nachts Fremden begegnen wollte. Wenn seine Mutter noch am Leben wäre, hätte sie ihn davor gewarnt. Wenn er nur noch ein bisschen durchhielt, würde er ein Stück entfernt in einem Busch pissen können. Also beeilte er sich und zog die Rolltasche schnell hinter sich her. Die Räder knatterten über das Kopfsteinpflaster. Rubber Duck glotzte ihn an. Der Schnabel sah aus, als hätte ihm jemand eine gigantische Überdose Silikon gespritzt. Dorniel dachte an Molly, ein Mädchen, das er vor fünf Jahren, als er gerade mit dem Gymnasium fertig war, gedatet hatte. Er war wahnsinnig verliebt gewesen, obwohl sie mit ihren Silikonlippen wie eine blassere Variante von Rubber Duck ausgesehen hatte. Um sie zu küssen, hatte er den Mund so weit aufreißen müssen wie beim Zahnarzt. Wenn die Ente nicht so verdammt groß gewesen wäre, dann hätte er sie klauen können und alle seine Probleme wären aus der Welt geschafft. Zumindest Triffs Erste. Drei Einbrüche hatte er heute erledigt. Jetzt blieb nur noch ein letzter übrig, ehe er das, was er zusammenbekommen hatte, zu seinem Dealer in Uxhagen bringen konnte. Im Austausch gegen die Pillen, die er brauchte, um das Leben erträglich zu machen. Ein gewöhnlicher, verdammter Einbruch ohne Theater. Darum betete er zu den höheren Mächten. Guter Gott, beschütze die Neugierigen vor ihrer schlimmsten Neugier, sodass es ihnen in dieser Nacht gut gehen möge. Er wollte nicht, dass jemand Schaden haben. Er wollte nicht einmal jemanden erschrecken. Dorniel passierte den Tunnel unter der Eisenbahn und hielt nach einem Busch Ausschau, wo er sich erleichtern könnte. Es sollte ein Menschenrecht sein, ins Grüne pinkeln zu dürfen. Doch die Vegetation war keineswegs so dicht und einladend, wie er sie in Erinnerung hatte. Vor ihm türmte sich die Fassade von Radio Örebru auf. Da, wo er stand, gab es einen Parkplatz. Jetzt konnte er es nicht mehr zurückhalten und verschwand hinter einem Ticketautomaten. Eine Frau, die eben ihr Auto aufschließen wollte, starrte ihn erschrocken an, warf sich in den Wagen und schloss von innen ab, um dann ihr Handy herauszunehmen. Vielleicht, um die Polizei anzurufen und zu berichten, dass sie einen Flitzer gesehen hatte. Oder nur, um ein Foto zu machen und es als Trophäe einer nächtlichen Flitzer-Safari in den sozialen Medien zu posten, dachte er grimmig und zog die Hose wieder hoch. Der Reißverschluss schabte. So sollte es doch wirklich nicht sein. Wieso sollte es empörend sein, dass jemand pinkelte? Wenn niemand pinkelte, dann würde man die gesamte Menschheit an die Dialyse legen müssen. Und eigentlich sollten die Leute darauf achten, ihr Revier zu markieren, um die wachsenden Wildschweinrotten davon abzuhalten, die Stadt zu belagern. Seit der letzten Eiszeit hatten die Menschen im Freien gepinkelt. Das war nichts, worüber man die Polizei in Kenntnis setzen musste. Die wussten das eh schon. Und zeigten manchmal sogar ein gewisses Verständnis. Es machte schließlich keinen Sinn, 800 Kronen Strafe von jemandem zu kassieren, der von Stütze lebte und ansonsten keine Öhre besaß. Da erteilte man ihm eine Rüge und ließ ihn gratis pinkeln. Der letzte Einbruch für heute sollte in einem Mietshaus ein paar Blocks entfernt stattfinden. Am Tag zuvor hatte Dorniel einer alten Frau die Tür zu ihrem Wohnhaus aufgehalten, aus Höflichkeit und ohne Hintergedanken. Zumindest zuerst. Er mochte alte Damen, denn sie erinnerten ihn an seine Großmutter. Die Alte hatte den Code zur Eingangstür so langsam eingetippt, dass er beim besten Willen nicht hatte vermeiden können, ihn zu sehen. Ebenso wenig konnte er widerstehen, den Token aus ihrer halb geöffneten Handtasche zu stehlen, der wahrscheinlich für den Wäscheraum und Keller war. War das nicht ein Zeichen von oben? Wenn er fertig war, würde er den Token in den Briefkasten der alten Dame werfen, die im Erdgeschoss wohnte. Im Keller würde er im besten Fall ein teures Fahrrad finden oder eine neuere Bohrmaschine oder anderes Werkzeug, Wein oder altes Silberbesteck mit einem Edelstempel, der wie ein Katzenfuß aussah. Dorniel sah sich um und tippte dann den Code ein. Die Eingangstür öffnete sich mit einem Klicken. Er ging an der Wohnungstür vorbei, hinter der die alte Dame verschwunden war, und benutzte den Token, um in den Keller zu kommen. Als er die schwere Tür aufschob, traf er auf einen langen, dunklen Korridor. Er nahm davon Abstand, das Licht einzuschalten, als der rote Knopf ihn wie ein Teufelsauge anstarrte. Kälte schlug ihm entgegen. Er holte die Taschenlampe heraus, schaltete sie ein und richtete den Lichtkegel auf die Türen in dem Korridor. Die erste führte in Waschkeller und Trockenraum. Er trat ein. Nach einer raschen Kontrolle von Trocknern und Waschmaschinen erkannte er, dass hier keine Kleider lagen, und die Angst packte ihn. Er zitterte, und seine Zähne klapperten, Wellen der Übelkeit überkamen ihn. Er musste einfach etwas finden, das er gegen Benzo, Tramadol und Amphetamin tauschen konnte. In den Schatten ahnte er das Böse wie eine eisige Kälte. Er eilte durch die nächste Tür in den Teil des Kellers, in dem sich die Verschläge der Mieter befanden. Dort roch es nach einer Mischung aus Schimmel, Katzenpisse und einem Putzmittel mit erstickend süßem Kiefernadelduft. Zu jeder Wohnung gehörte ein solcher Käfig, den die Mieter oft mit Vorhängeschlössern versehen hatten. Dorniel holte den Bolzenschneider aus der Tasche und drehte eine Runde, um zu sehen, wo er am leichtesten einbrechen konnte. Es fühlte sich fast an wie in Storage Wars, einer amerikanischen Dokusoap, in der professionelle Käufer fünf Minuten bekommen, um einander bei Verschlägen voller übrig gelassenen Kram zu überbieten, ehe alles zur Auktion freigegeben wird. Nur konnten sie im Fernsehen die Sachen dann offen auf einem größeren Markt verkaufen, während es in Uxhagen viel schwerer war, etwas zu finden, womit man dealen konnte. In dem ersten Verschlag waren nur olle Sachen wie Übertöpfe, Sitzkissen für die Gartenstühle und Kartons, auf denen stand geschnittene und nicht geschnittene Flicken für Teppiche und ein Transportkäfig für Katzen. Der nächste Verschlag gehörte höchstwahrscheinlich einer armen Familie mit Kindern. Plastikschlitten, ein kaputtes Puppenhaus und abgenutzte Ski mit altmodischen Bindungen lohnten keinen Einbruch. Der dritte Käfig war leer, bis auf einen schwarzen Schaukelstuhl, dem eine Kufe fehlte, und ein kleines Häufchen Holzwurmmel auf dem Betonfußboden. Dorniel spürte, wie die Angst sich zur Panik steigerte. Doch als er in den vierten Keller leuchtete, stieg sein Mut wieder. Da stand ein Rennrad, für das er sicherlich einige Tausender würde kriegen können, und obendrein konnte er damit noch nach Uxhagen radeln und musste das Diebesgut nicht im Bus transportieren und unnötig Aufmerksamkeit erregen. Er brach ein. Das Fahrrad war nicht einmal abgeschlossen. Er verspürte eine pulsierende Freude über den Fund, und weil er schon mal in Schwung war, schnitt er auch noch das Schloss zum nächsten Käfig auf. Darin standen ein paar Kartons, die einer unregelmäßigen Handschrift zufolge Taschenbücher enthielten. Bücher, die man nicht einmal im eigenen Wohnzimmer haben wollte, waren sicherlich ausnehmend schwer zu verkaufen, dachte er. Und dann war da eine Kühltruhe. Dorniel wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. Er war aufgedreht und erschöpft zugleich, und es fiel ihm schwer, den Blick zu fixieren. Mit etwas Glück würde in der Kühltruhe Rinderfilet liegen. Das wurde man immer los. Er hatte ein paar Mal bei Ica und bei Willys gefrorenes Rinderfilet geklaut, und das war verdammt kalt, wenn man es in die Jacke steckte, und man war höllisch nervös, wenn man an der Kasse vorbei musste. Dorniel legte den Bolzenschneider weg und griff mit beiden Händen zu, um die Truhe zu öffnen. Als der Deckel offen stand, nahm er die Taschenlampe zur Hand, um den Inhalt zu inspizieren. Er erstarrte. Der Raum drehte sich. Unwillkürlich wisch er einen Schritt zurück und wäre fast über die Kartons gestolpert. Da saß jemand. In der Kühltruhe. Ein zusammengekauertes Wesen mit geschlossenen Augen, mit Raureif im langen, welligen Haar und blau gefrorenen Lippen. Sie trug ein weißes, dünnes Kleid, wie eine kleine, runzlige Elfe oder eine Eishexe, dachte er, ehe ihm aufging, dass sie tot sein musste. Er klappte den Deckel wieder zu, lud die Tasche aufs Fahrrad und eilte davon. Raus. Er musste hier raus. Als er keuchten mit dem Fahrrad und der Tasche voll Diebesgut wieder auf der Straße stand, kniff er sich fest in den Arm und schlug sich auf die Wangen, um wieder klar zu werden. Das war nicht real, obwohl es so aussah. Das war diese verdammte Paranoia, die ihn wieder mal heimsuchte. Es gab keine Eishexen. Kriminalinspektor Christopher Bark verließ das Turmzimmer und die Polizeizentrale. Es war Freitag und er freute sich auf das Wochenende. Die Ferien waren zu Ende, aber das Wetter war immer noch fantastisch, obwohl es schon auf den Herbst zuging. Er hatte mit seinem Vater verabredet, dass sie heute Abend am Annaboda schön grillen wollten. Seine kleine Schwester Christina würde auch dabei sein und wenn sie den Grill erst einmal angeworfen hatten, würden sie vom Steg aus eine Runde schwimmen gehen. Bei Christopher war kürzlich Epilepsie diagnostiziert worden und er durfte für eine gewisse Zeit nicht Auto fahren. Deshalb würde Christina ihn in der Drakenbergsgarten in Tüble abholen, wo er seit der Scheidung von Ella in einer Dreizimmerwohnung lebte. Es war eine ruhige Gegend gewesen, bis vorigen Herbst, als zwei Gewaltausbrüche und Schusswechsel das Viertel erschüttert hatten. Wahrscheinlich ein Bandenkrieg. Es war zwar niemand zu Schaden gekommen, doch begleitete die Bewohner des Stadtteils nun ein neues und fremdes Gefühl von Unsicherheit. Christopher packte den Rucksack mit allem, was er für den Abend brauchte, und ging zum Parkplatz. Christina war pünktlich. Er rutschte auf den Beifahrersitz ihres roten Mazda Miata. Es war immer noch ungewohnt und frustrierend, nicht selbst fahren zu dürfen. Pünktlich wie immer, sagte Christina lachend. Sie wurde ihrer Mutter mit jedem Jahr ähnlicher. Das zum Pferdeschwanz gebundene, dicke, blonder Haar und der schlanke Körper ließen sie jünger aussehen, als die 46 Jahre, die sie zählte. Je nachdem, wie das Licht fiel und welcher Laune sie war, waren ihre Augen mal blau und mal grün. Weil beide gern ihren jeweiligen Geburtsnamen Bark und Löw behalten wollten, hatten Christina und ihr Mann als Kompromiss den Nachnamen Bark-Löw angenommen. Ihre Kinder waren inzwischen ausgeflogen und studierten in Umeor und Göteborg. Christina hatte Christopher schon bei ihrem letzten Treffen anvertraut, dass sie es in dem Haus in Kummla viel zu still fand, seit Morgan und sie allein dort wohnten. »Und wie steht's so um Leben und Liebe?« fragte er, ohne eigentlich eine Antwort zu erwarten. Christina seufzte hörbar. »Morgan und ich sitzen am Küchentisch und haben nichts, worüber wir reden könnten. Es ist fast, als wären wir in der Gegenwart des Anderen plötzlich schüchtern, obwohl wir doch mehr als ein halbes Leben zusammen verbracht haben. Ein Gefühl der Leere, wenn du verstehst, was ich meine«, erklärte sie, und dann brach sie in Tränen aus. »Was ist denn?« »Christina?« fragte Bark, legte den Arm um seine kleine Schwester und drückte sie an sich. Er konnte sich nicht erinnern, wann er sie das letzte Mal hatte weinen sehen. Da musste etwas Ernstes vorgefallen sein. Würden sie sich scheiden lassen? Hatte Morgan sie betrogen? Hatte jemand in der Familie eine Krebsdiagnose erhalten? Er strich ihr übers Haar, bis sie sich beruhigt hatte und erzählen konnte. Christina wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles erklären soll. Wo du doch allem gegenüber, was man nicht beweisen kann, so skeptisch bist«, sagte sie und ließ die Hand, die sie schon auf den Zündschlüssel gelegt hatte, wieder sinken. Sie standen immer noch auf dem Parkplatz. »Versuch es«, ermunterte er sie und suchte den Blickkontakt zu ihr. »Ich habe sie nicht mehr und ich war gestern bei einem Medium«, sagte sie überraschenderweise und wandte sich ihm mit neuer Intensität zu. »Jetzt mach nicht so ein Gesicht, denn dann erzähle ich gar nichts. Es war so, ich habe in der Zeitschrift Grenzland von dem neuen Medium Magdalena Fernocker gelesen und das hat mich neugierig gemacht. Dann war ich voriges Wochenende auf diesem Kurs in medialer Achtsamkeit. Das habe ich dir erzählt. Magdalena war eine der Seminarleiterinnen auf Himmler-Gord. Christopher runzelte die Stirn und nickte, obwohl ihm das völlig entgangen war oder besser gesagt, hatte er gedacht, dass es dabei um Medien und Journalistik ginge und nicht um ein Medium. Christina war eigentlich ausgebildete Journalistin, doch dann hatte das Leben sie auf andere und verschlungenere Wege geführt. War es in dem Kurs wirklich um Spiritismus und Geisterwesen gegangen? Hatte sie vor, einen Artikel darüber zu schreiben? Christina sah ihn eindringlich an, um seine Aufmerksamkeit einzufangen. Und weißt du, was Magdalena Fernocker zu mir gesagt hat? Nein, ich bin irgendwie nicht so hellseherisch veranlagt. Er wollte nicht einmal einen Witz machen, sondern es rutschte ihm einfach so heraus, doch Christina hatte es offenbar überhört. Magdalena sagte zu mir, ich solle auf meinen Mann aufpassen. Sie habe Strömungen wahrgenommen, dass mir etwas Böses widerfahren würde, eine Herzenstrauer. Bark konnte seine Reaktion nicht kontrollieren. Was sind denn das für Dummheiten? Du wirst dich doch wohl nicht von einer alten Spökenkikerin erschrecken lassen, die Unfug über deinen Mann erzählt. Sie hat gesehen, dass du einen Ehering trägst und hat dir dann die Informationen entlockt, die sie brauchte. Diese Leute arbeiten mit Cold Reading. Sie deutet also dein Minenspiel und kleine Bewegungen. Wenn du wütend ausgesehen hast, als du deinen Mann erwähnt hast, war es nicht weiter schwer zu erraten, dass ihr Probleme habt. Ohne dass es dir bewusst war, hast du vielleicht genickt oder sahst bekümmert aus und da ist sie weiter auf das eingegangen, was du sofort bestätigt hast. Wenn du das nächste Mal zum Pferderennen gehst, bitte sie vorher um ein paar Tipps. Jetzt bemerkte sie die Ironie. Ich wusste schon, dass du so reagieren würdest. Warum kannst du nicht deine vorgefassten Meinungen einfach mal ablegen und mir die paar Minuten zuhören, die es dauert, etwas Wichtiges zu sagen? Für mich ist es jedenfalls wichtig, fügte sie hinzu. Entschuldige, ich höre zu. Christopher richtete sich aus der unbequemen Haltung auf, in die er geraten war, als er versucht hatte, seine Schwester zu trösten. Es fiel ihm schwer, das kleine Lächeln zu unterdrücken, das ich breitmachen wollte, als ihm klar wurde, dass es um nichts Schlimmeres als die Verkündigungen einer Wahrsagerin ging. Christina blickte ihn enttäuscht an, aber das Bedürfnis zu erzählen, siegte über die Lust, ihn mit Schweigen zu bestrafen.